Ich habe selten einen Spieler mit 19 Jahren gesehen, wo du das Gefühl hast, der könnte auch schon drei Kinder daheim haben, der ein Familienvater sein kann. Ich kann mir so eine Frage stellen. Ich glaube, dass Jude ein außergewöhnliches Talent ist. Ich habe selten einen Spieler mit 19 Jahren gesehen, wo du das Gefühl hast, der könnte auch schon drei Kinder daheim haben, der ein Familienvater sein kann. Der hat eine Selbstverständlichkeit in seinem Spiel, wo er weiß, ich gehe vorweg, ich kämpfe für das Team. Es ist schon sehr, sehr beeindruckend, das so jetzt zu sehen. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass er bei uns hier in unserer Mannschaft ist, vorweg geht mit 19 Jahren. Das ist schon sehr beeindruckend. Zum Trainer, also mit Edin habe ich natürlich wieder eine neue Erfahrung kennengelernt. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Trainer, der so gebunden war in einem Verein. Edin ist Dortmunder Junge und das merken wir als Mannschaft jeden Tag, dass es ihm einfach unglaublich viel Spaß macht, für seinen Kindheitsverein hier arbeiten zu können und akribisch zu sein und uns da mitzunehmen und eine überragende Ansprache zu haben vor den Spielen, die uns mitnimmt, quasi für diesen geilen Verein hier zu spielen. Und ja, das ist für mich natürlich auch immer wieder cool oder, sage ich mal, was Besonderes, wenn du die Möglichkeit hast, mit vielen unterschiedlichen Trainertypen zu arbeiten und jeder Trainer hat ja seine eigene Handschrift, sage ich mal. Und ich glaube, dass wir da sehr glücklich sein können, jemanden zu haben, der sich so sehr mit dem Verein identifiziert. Ja, erstmal Niki, du spielst natürlich morgen. Nach den Worten, ja, nichts anderes zu dich. Ja, das ist ja, nichts anderes zu tun. 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 Ja, nichts anderes zu tun. Ja, nichts anderes zu tun. Ja, nichts anderes zu tun.